Moin Leute und seid herzlich willkommen zur letzten Folge des Let's Playtogether. Hexe mit dabei ist natürlich mal wieder Tegel. Hallo. Aua. Hallo. Und wir sind letzte Folge, die übrigens überhaupt nicht verplant war oder sowas, hier vor dem Portal stehen geblieben und ich würde sagen, ich muss einfach schon reingerannt. Ich bin ja nicht reingerannt. Nein, du baust nicht. Ja gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich sofort getötet. Schnell, wir müssen uns in die Richtung hochbauen. No, du fliebst bei mir. No. Nach da hoch, nach da hoch. Nein, nicht nach da. Du fliebst bei mir einfach. Jetzt geht's. Naja, immer noch. Du bist ein Block hoch. Wo lang müssen wir? Ne, nach da. Bau dich nach... Bau dich nach hier hoch. Nach da einfach hoch. Genau, so, jetzt einfach Treppen weiter weg wollen. Ja, manich. Mach du toll. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich fast noch nie den Endertrafen bekämpft. Buh. Wir machen richtig viel, denn wir müssen ja erstmal hier... ... den ganzen Teil an, beziehend ich in die andere Richtung. Wir haben echt den Goldäpfel und OP-Goldäpfel. Ja. Da, also greifen wir das und die doofen Endermännern. Gott, ist dieser Turm hoch. Oh, warte mal. Ich fliege einfach mal kurz hin. Hä. Wozu hatten wir jetzt eigentlich nochmal diese Fluchtstädte? Ich habe da viel damage bekommen. Weil ich essen... Sniper. Oh Gott, ich muss hier gerade ganz schön schnell einen Gold-Apfel essen. Und nochmal einen. Diese Teile sind doch recht schlag. Eieiei. Regen die mich auf. Denderman. Ich weiß nicht, wie viel Schaden mir das macht, wenn ich dagegen haue. Äh, nicht viel. Niemand. Zwei Herzen hat es mir gemacht. Oder macht es mir. Ist einfach viel entspannter wie mit dem Bogen. Ja klar. Ähm, so. Also, ich werde von einem Enderman verfolgt. Ja, ich auch. Also, ich wurde verfolgt. Aber ich glaube, der hat von mir abgelassen. Und der ist hier so voll übermotiviert. Ja, geil. Ich werde jetzt von allen Endermännern angegriffen. Ey, fickt euch. Ich fliege einfach weg. Ah, da gibt es hier viele Türme. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr hier in Hexit. Als im normalen. Das ist ein echt mehr. Und vor allem hier ist einfach so ein ganz normaler Battle Tower. So, ich jetzt meinen ersten OP-Geldapfel. Weil mir ging es gerade echt nicht mehr so gut. Geil. Einige sind ja auch so eingebaut. Also, ich finde gerade keine mehr. Ja, die sind in diesen Obsidian-Turm eingebaut hier. Guck mal. Ah, ja, Tatsache. Ihr könnt keine Obsidian abbauen. Hm. LOL. LOL. Was ist? Hier ist einfach eine Falle oder so in diesem Turm. Guck mal. Hier ist einfach Team Team. Okay. Und. Und es noch mal zum Teil. LOL. Gott mache ich dem viel Schaden. Weil sich schießt zweimal auf ihn, hat fast Hälfte Leben verloren. Warte, schieß einfach auf ihn. Schieß einfach drauf. Treffen sollte man auch können. Also, ob ich den einfach nicht treffe. Okay. 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 Das ist so ein epischer Endfight hier gerade. Bei da jetzt aber epische Musik auch, ja? Ja, natürlich. Ach Gott. Kann ich das Teil mal aufhören wegzufliegen? Nee. Hey, es bleibt hier du weich ein. Boah. Es ist so schlimm ohne Hotkeys. Also, in normalen Microsoft hätte ich natürlich hier überall Hotkeys. Aber hier gibt es einfach keine. Beziehungsweise, nee, es gibt, glaube ich, gar keine. Toll, ich wäre einfach fast runtergeflogen. Komm schon. Er ist fast. Nee, er ist doch nicht fast tot. Wir haben halt keine Spitzhecke. Das ist echt das Nervige. Alter, der kassiert richtig hart. Ja. Ja. Nice. Hast du einen Hit gemacht? Im letzten. Komm, ich will die XP haben. Ja. Gib uns alles. Ich bin einfach direkt ins Ende. Ich bin einfach direkt da reingespawnt, wo es Ende ist. Das heißt, ich bin gerade im Minecraft-Endscreen. 64. Nice. Wir haben Minecraft durchgespielt. Also, ich bin nur zur Base zurück. Ich werde hier gerade von allen Endermännern einfach angegriffen. Ja. Nice. Okay. Ui. Ich komme. Kommst du auch zurück, wenn du uns zur Base? Nein. Denn jetzt haben wir das große Special für euch vorbereitet. Als ob. Ich habe noch ein Level wieder. Echt? Da, fuck. Alle meine Level sind weg. Alle meine 64 Level. Oh, man hat gerade schon das Special gesehen. Es ist jetzt nichts arg Großes. Okay, wir machen es ganz hübsch. Irgendein schönes... Wir müssen ja wirklich alles in die Luft gejagt kriegen, ja? Ja. Die gesamte Festival muss mit den zwei Stacks im Arsch sein. So, aber ich möchte vor allem sorgen, dass unsere Kisten kaputt sind. Das ganze erfarmte Zeug. Das wollen wir ja nicht mehr. Genau. Alles, was wir uns erarbeitet haben, muss alles weg sein. Ja. Wirklich alles. Hier vielleicht noch eins. So, unsere Smeltery, wo wir schön gefarmt haben. Erstmal drumherum laufen. So, richtig hardcore. Alles zu donnern. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich kaputt geht und so. Hier, die Facken werden ersetzt. Jetzt muss nur ausersehen irgendwo ein Hebel sein. Alt. Oder so eine Tür und wir gehen dann raus. Ja. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen nach oben. Einfach überall hier entnehmen. Unser Bett muss auch noch eingebaut sein, ja? Ja. Das ist ja auch schön, nicht mehr wir spawnen können, falls wir sterben. Aber ich wüsste nicht, warum wir sterben sollen. Und so was tun. So. Gut, also ich habe noch einen halben Stack. Ja, hier oben ist ja noch einiges. Guck mal. Ja. Unser ganzes Schlaf gemacht und alles. Oh, stimmt. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ich baue da vorne ein bisschen. Ich fange dann mal an, das Wettste und zu verlegen, ne? Oh Gott. Jetzt bin ich einfach runtergefallen. GG. Das war natürlich immer so geplant. Ja. So, warte, ich gucke nochmal, dass wir ein bisschen mehr Redstone haben. Ja, gut, dann noch viel Redstone. So, auf jeden Fall hier das Ganze wird connected. So, ich habe nur sieben Stück. Ein schöner Garten wird auch gesprengt. Okay. Also, ich wäre jetzt soweit fertig. Ja, ich verliege gerade das ganze Redstone. Ja, aber das wird ja eh eine Kettenreaktion. Ich weiß, aber damit wir halt möglichst großflächlich hier gleichzeitig viel anzugen können. Denk dran, dass das Signal nicht ewig hält. Ja, ich weiß. Aber wir müssen halt mehrere Torches machen. Ich würde sagen, hier in unserer Base zünden wir es an. Ne, wir gehen raus. Wir gehen schön davor. Wir bauen uns hier draußen ein Podest, okay? Okay, ja, das Podest baue ich dann. Baut du mal das Podest. Das Podest. Und ich mache noch mehr Podest. Und ich baue noch mehr. Ich sorge dafür, dass das auch wirklich alles schön zündet. Ich habe noch sechs Redstone Repeater. Das würde mir nicht reichen. Okay. Gehen wir einfach hier. Warte mal, die Redstone Repeater an sich senden nichts, oder? Äh, nein. Gut. Weil, wenn doch, dann fliegt jetzt alles in Luft. Ne, okay. Okay. So, ich baue die schönste Base, die es gibt. Oh ja, das ist die. Ja. So wie bei Ihnen. So wie ihr das bei Ihnen gemacht habt. Ja, ja. Ihr dürft auch mal gerne in den Kommentar schreiben, wenn ihr noch bei Nuke mit dabei wart. Also, das ist wirklich nur das Grundgestein des Kanals. Ich glaube, da gibt es nicht mehr wir. Ein paar wenige Leute, die es noch wissen. Beziehungsweise, die es angeschaut haben. Ich habe es nicht angeschaut. Nicht? Ich meine, ich habe es natürlich angeschaut, bitte. Ich wollte gerade schon sagen. Also. Also bitte. Was denke ich da von dir? Ich finde gerade keine Spitzhacker. Das macht mich echt traurig. Dann crafte ich mir halt eine. Ja. Wir brauchen noch mal ein bisschen weg. Da. Das wäre so ein schönes Thumbnail hier oben. Aber irgendwie möchte ich es nicht spoilern. Ah, nee. Es sieht doch nicht so schön aus. So, jetzt ganz schnell diesen Redstone-Hebel hier entfernen. Nicht, dass ich ihn aus Versehen drücke. So. Ach, ich mache doch ein wenig Fatal. Ja, zack. Nice. Okay. Komm nach hier oben, sobald du fertig bist. Ja. Ich verlinke gerade die letzten paar Redstone. Ja, ich sehe es. Zünd mir ist einfach hier unten. So weit hält das Signal. Das Signal hält doch gar nicht so weit. Doch, ich habe einige Repeater reingesetzt. Äh, Gott, wie lange hält noch mein Redstone-Signal? Ich glaube, das waren zehn Blöcke. Keine Ahnung. So, warte, ich will jetzt... Naja, probieren wir es einfach aus. Ich warte, ich nehme den Hebel von hier mit. Okay. Ich habe ihn nicht umgelegt. So. Und dann schauen wir, ob du es hinbekommen hast. Warte, ich brauche noch mal Fükschaft. Fünf. Vier. Warte, geh du hoch, dass du es sehen kannst. Geh du hoch schon mal. Bei mir ist es ja nicht so wichtig. Gib den Countdown, SideX. Gib ihm her. T-5. Vier. Drei. Zwei. Eins. Go. Zündung! Oh ja, da ist... Eins... Eins ist in Flammen. Wir werden hier so safe verrecken. Ich block schon mal. Oh. Ist nicht ganz alles in die Luft geflogen. Ähm. Ja, das war sehr, sehr spektakulär. Warte, wir... Warte, wir machen oben noch einen Kreis. Ich lege oben noch einen Kreis rum. Ähm. Du musst einfach nur eins anzünden. Zündung einfach nur das eine an. Und wieder nach da oben. Ja. Es gibt eine schöne Kettenreaktion. Ist richtig langsam nacheinander. Was sind das für scheiß TNT? Ja, ist echt. So denke ich mir gerade auch. Äh. Wir haben einfach nichts mehr zum Zünden. Warte, doch. Ich habe noch was. Oder hast du Holz? Nee. Oh, Mann. Wir sind so gut geplant, ey. Warte, ich muss kurz zwei Pläcke Holz erbauen. Aber ich will alles im Kopf. Was mir die Axt kommt. Ja, ich auch. So, warte. Ich kann jetzt... Aber du bist kein guter Sprengmeister. Alles war lustig. Ey, was kann ich dafür? Ja, ich hatte hier nicht... So, warte, Achtung. Es geht los, ja? Are you ready? Warte. Ja. 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 Und Zündung Nummer 394. Ja. Ja. Ich warte. Three. Und das Countdown? T-3. 2. 1. Zündung. Fer-reck. 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 So episch. Ach, Gott. Was ist denn das? Hui. Einfach mit einem TNT gestanden. Com-Damage. Alles klar. Ja, Leute. Das war unsere Base. Ja. Und das Wichtigste. Der Zaubertisch steht noch. So gehört sich das. Wo ist denn der? Hier vorne war der. Boah, weißt du noch? Äh. Damals in Luke bei der Sprengung. Das müsst ihr auf jeden Fall auch mal anschauen. Die letzte Folge davon. Da hatten wir ja auch erst eine kleine Fehlzündung gehabt. Aber dann später. Krass der Exorzone. Da war ein einziger Block, der mittendrin stand. So, irgendein zerstörbarer Block. So, auf jeden Fall auch nice. Naja, auf jeden Fall war es das. Was ist? Mit dem Projekt. Ja. Ja, das war es dann mit dem Projekt Let's Play Together Hexed. Nicht zu lange, aber wir haben uns selber gesagt, lieber dann aufhören, wenn es noch Spaß macht. Wie das unnötig in die Länge ziehen. Und ja, das war es dann soweit. Also ich würde mal sagen, wir hatten soweit Spaß daran. Bis jetzt. Aber richtig. Tatsächlich hat es T ja noch nie gespielt. Jetzt hat es auch mal kennengelernt. Und gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Projekt und alles mögliche gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Komm mal nach hier unten. Wir machen ein PvP-Duell. Komm, komm her, komm her, komm her. Ich bin lowlife. Warte, warte, warte. Ich muss kurz regenerieren. Warte. Hier in einem Goldapfel. Hab ich. Okay. Ja gut. Dann macht es schnell. Das mache ich jetzt noch ganz spontan. Ich habe auch kurz einen Goldapfel. Und dann würde ich sagen, es geht los in drei. Spinne. Zwei. Spinne. Eins. Go. Jetzt sind wir mit unseren OP-Bögen. Mach mir mit, Goldapfel wieder essen. Würde ich sagen, ja, oder? Ja, okay. Alter, ich hasse diese, dass man nicht spriten kann, ey. Also ja, das ist echt nicht so schön. Oh, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, wenn sonst ist es so schnell zu Ende. Ja und, ich würde eigentlich schon längst die Folge gewendet haben. Okay. Warte, gehen wir drauf. Oh, warte, können wir, warte. Nein, nein. Ey, das ist unfair. Komm, stirb. Oh Gott, ich bin lowlife. Das ist unfair, dein... Du bist nicht fair. Ich bin ganz unfair. Oh, komm, stirb. Iis. Iis getrackt, Iis. Ich bin raus. Ja. Ich bin lieber, Hammann, Vielen Dank.